Die Senkrechtstarter-Raumfahrt-News im Überblick. Nächster Starship-Booster startet Testkampagne. Starship-Start laut amerikanischer Flugaufsichtswörde nicht absehbar. Ariane 6 absolviert ersten Test auf der Startrampe. Starliner sorgt für Milliardenverluste bei Boeing. Wirtschaftsminister Habeck bei den Raketen-Startups High Impulse, Isar Aerospace und Rocket Factory Augsburg. Rocket Lab nimmt gravierende Änderungen am Design der Neutron-Rakete vor. Argentinien unterschreibt Artemis Accords und die NASA startet Programm für Nuklearantriebe. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 24. Juli, ist von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Am Mittwoch, den 26. Juli, ist von Xichang eine lange Marsch 2D mit Yaogan Erdbeobachtungs-Satelliten gestartet. Am Freitagmorgen hat SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Internet-Satelliten gestartet. Am Samstagmorgen, den 29. Juli, ist von PET-39A im Kennedy Space Center eine Falcon Heavy gestartet. Der Falcon Heavy-Start mit Echo Star 24 wurde mehrfach verschoben. Es war der erste Falcon Heavy-Start, bei dem es kein Static Fire vor dem Start gab. Diese Praxis führt SpaceX bei der Falcon 9 für gewöhnlich durch, wenn die Booster schon mal geflogen sind. Bei dieser Falcon Heavy waren die Booster zwar bereits geflogen, aber die Kernstufe war neu und wurde bei diesem Start weggeworfen. Um extra Performance für die Nutzlast zu erhalten. Die Nutzlast ist die schwerste kommerzielle Nutzlast für den geostationären Orbit. Die Seitenbooster flogen zurück zur Startrampe und landeten auf Landezonne 1 und 2. Es war bereits der dritte Falcon Heavy-Start in diesem Jahr. Wenn die News regulär am Sonntagmorgen erscheinen, sollte sowohl der indische PSLV Core Alone Start als auch der Elektron-Start von Neuseeland erfolgt sein. Die USA nimmt die Pläne für Nuklearantriebe in der Raumfahrt wieder auf. Die NASA plant in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium den ersten Start eines nuklearbetriebenen Raumschiffs oder eines Raketenantriebs in etwa vier Jahren. Die NASA wird dafür etwa 300 Millionen US-Dollar in das Projekt investieren. Mit dieser Technologie sollen einmal Maßflüge ermöglicht werden. Gestartet werden soll der neue Nuklearantrieb aber konventionell mit einer Falcon 9- oder Vulcan-Rakete. Der Vortrieb des eigentlichen Raumfahrzeugs im Weltall soll dann durch Kernspaltung erzeugt werden. Dabei wird durch einen Reaktor thermische Energie bereitgestellt, mit der dann kryrogener Wasserstoff auf über 2000 Grad Celsius erhitzt wird. Das heiße Gas soll dann über eine Düse entspannt werden und für den Vortrieb sorgen. Das Konzept ist so alt wie die Raumfahrt selbst und wurde von der NASA bereits im NERVA-Programm erfolgreich demonstriert, aber nicht weiter verfolgt. Wenn dich dieser Antrieb und nukleare Raketenantriebe mehr interessieren, schau mal in meinem Video zu dem Thema, das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Der Starliner kommt nicht aus den Schlagzeilen. Laut Michael Sheets von MSNBC hat Boeing über eine Milliarde Dollar am Starliner verloren. Ursprünglich plante die NASA gemeinsam mit Boeing einen Start im Juli diesen Jahres für den nach dem SpaceX Crew Dragon zweiten astronautischen Zubringer für die Raumstation. Kurz vor dem geplanten Starttermin hatte die NASA zusammen mit Boeing bekannt gegeben, dass es zwei ernsthafte Probleme mit dem Starliner gebe. Unter anderem das Brandschutzproblem mit mehreren hundert Metern an Klebeband und damit den Fallschirmen. Die Boeing-Techniker haben mittlerweile Teile dieses Tapes im Inneren des Starliners entfernt und ein Ersatzprodukt ausgewählt. Es handelt sich bei diesem Klebeband um Glasfaser verstärktes Gewebeband, das um die Verkabelung gewickelt wird, um sie vor Reibung und Beschädigung während des Fluges zu schützen. Das zweite Problem betrifft die Fallschirmline. Auch hier wurde ein Ersatzprodukt gefunden, das den Sicherheitsanforderungen der NASA entspricht. Interessanterweise schrieb Elon Musk diese Woche auf Twitter, oder mittlerweile X, dass SpaceX Boeing beim Lösen des Fallschirmproblems unterstützt und man auch gerne weiterhelfen möchte. Elon Musk fügte hinzu, dass die Entwicklung von diesen Fallschirmsystemen schwerer wäre, als man vielleicht denkt. Auch SpaceX hatte hier bei der Entwicklung des Crew Dragon erhebliche Probleme. Ja, Fallschirm an denen sprichwörtlich Menschenleben hängen. Wer bremst, verliert oder runterkommen sie alle, ist da vermutlich die falsche Einstellung. Die kürzlich entdeckten Probleme am Starliner veranlassten die NASA jetzt, das Starliner Raumschiff noch einmal genauer zu untersuchen, um mögliche weitere Probleme aufzudecken. Jetzt gab Boeing bekannt. Das Starliner Programm fährt einen weiteren Verlust von 257 Millionen US-Dollar ein, hauptsächlich aufgrund der Startverzögerung. Damit laufen sich die Gesamtverluste von Boeing im Starliner Programm auf über 1,1 Milliarden US-Dollar. Da das Starliner Programm von der NASA durch einen Festpreisvertrag finanziert wurde, ist Boeing für Kostenüberschreitung und finanzielle Verluste aufgrund von Verzögerungen selbstverantwortlich. Manchmal denkt man ja an das Rennen zwischen Hase und Igel. Auch Amazon möchte eine weltumspannende Mega-Internet-Konstellation wie Starlink aufbauen. Zwei Test-Satelliten von Amazon Skyper warten seit März auf einen Start mit der neuen ULA-Rakete Vulcan. Für die liefert ja die Raumfahrtfirma des Amazon-Gründers Jeff Bezos Blue Origin die Haupttriebwerke. Da das Vulcan-Programm wie nahezu alle Raketenprojekte mit Verzögerungen zu kämpfen hat, werden die Gerüchte lauter, dass Amazon die Option Atlas V zieht. Denn auch die Blue Origin-Rakete New Glenn wird noch Jahre auf sich warten lassen. Die Zeit für Amazon Skyper Mega-Konstellation läuft bereits, da die zugeteilten Funklizenzen bei Nicht-Nutzung verfallen. Da hilft auch die dritte von Amazon gebuchte Rakete vorerst nicht weiter. Auch die Ariane 6 dürfte für die kommerzielle Nutzung nicht vor Ende 2024 zur Verfügung stehen. Aber es scheint voranzugehen im Ariane 6-Programm. Wie die ESA nun mitteilte, wurde am 18. Juli auf dem Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, französisch Guyana, zum ersten Mal eine Vorbereitungs- und Countdown-Sequenz für die Trägerrakete abgeschlossen. Wobei der eigentlich für den Test geplante Start der Triebwerke nicht durchgeführt wurde, weil die Zeit dafür wohl nicht gereicht hat. Warum Feuer abgebrochen wurde, das ist mir nicht bekannt. Argentinien ist das 28. Land, das die Artemis Accords unterzeichnet hat. In den letzten Monaten haben sich ja mehrere Länder dieser Vereinbarung angeschlossen. Am bemerkenswertesten vermutlich Indien. Und in Europa haben nach Italien, Polen, Frankreich, Luxemburg und Großbritannien gerade Spanien und die Tschechische Republik unterschrieben. Ob und wann Deutschland sich dazu entschließt, das kann ich euch weiterhin nicht sagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass man das Thema als Aufhänger für die große politische Bühne aufspart. Dass die Bundesregierung das Thema Raumfahrt durchaus auf dem Zettel hat, zeigt der Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck diese Woche bei den Raketen-Startups High Impulse, Rocket Factory Augsburg und Isar Aerospace, die alle drei ja an der ersten deutschen Orbital-Rakete bauen. Alle drei Firmen habe ich ja bereits besucht. Meine Videos verlinke ich euch in der Beschreibung. Brandneu diese Woche erschien mein Video über Isar Aerospace. Unbedingt schauen. Sehr, sehr spannend. An dieser Stelle geht ein riesen Dankeschön an alle Schutzengel, die Senkelstaate durch ihre regelmäßigen Spendenmonetär unterstützen. Gerade diese Außeneinsätze sind nur mit eurer Unterstützung überhaupt möglich. Wenn auch du dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Säckrecht-Starter Patreon. Vielen, vielen Dank dafür. Hashtag Team Space. Raketen-Startup, das heißt auch SpaceX nacheifern, die nämlich genauso als Entwickler von Kleinträgern mal angefangen haben. Da hatte Elon Musk noch nicht so viel Geld. Dass SpaceX aktuell die absolute Messlatte für alles, was Raketenentwicklung angeht, ist, versteht sich glaube ich von selbst. Wer den Vergleich mit einem Elon Musk geführten Unternehmen fürchtet, sollte auch in anderen Air-Teilen mal schauen. In China gibt es bereits eine ganze Handvoll erfolgreicher Kleinträger. Für uns Europäer aber vermutlich ein besseres Beispiel, ein besserer Bezugspunkt, die Firma Rocket Lab. Deren Elektron ist seit ihrem Erstklub vor fünf Jahren 35 Mal erfolgreich geflogen. Das kann man nicht oft genug sagen. Neuseeland startet mehr Raketen in den Orbit als Gesamteuropa. Dass die putzige Elektron nicht wirklich viel transportieren kann, geschenkt. Es ist jedoch beeindruckend, dass abgesehen von der Produktion die Komplexität für den Start einer kleinen Trägerrakete sehr ähnlich zu der einer großen Rakete ist. Aber auch Rocket Lab arbeitet ja an großen Raketen. Das Design der wiederverwendbaren Neutron hat sich laut Rocket Lab Webseite signifikant geändert. Features, die aber bleiben, sind die am Erststufenbooster integrierte Nutzlastverkleidung. Das sollte die Wiederverwendung der Neutron im Vergleich zur Falcon 9 deutlich verbessern. Solche großen Änderungen dürften die Zeit bis zum Erststart aber nicht unbedingt verkürzen. Ja, die Neutron von Rocket Lab, die wird direkt mit der Falcon 9 von SpaceX konkurrieren. Wie wir von NASA und SpaceX Statements wissen, wird die Falcon 9 ja noch eine ganze Weile fliegen, um die Bedürfnisse der NASA zu erfüllen. Selbst dann, wenn schon die nächste Generation von Raketen zur Verfügung stehen wird. Ja, und das bringt uns zum Starship der nächsten Generation von Raketen von SpaceX. Wenn der Plan von SpaceX und Elon Musk aufgeht, soll durch die vollständige, schnelle Wiederverwendung ja die Kosten für Nutzlast in den Orbit auf dem Bruchteil der aktuellen Kosten schrumpfen. Und auch die sind ja schon beträchtlich gefallen. Wenn dich das Konzept mehr interessiert, empfehle ich dir meine Grundlagenvideos zu Starship und vollständiger Wiederverwendung. Die verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Der letzte Starship-Flug, machen wir uns nichts vor, der lief nicht so ganz nach Plan. Immerhin das schwerste je geflogene menschengemachte Objekt. Vielleicht dann auch okay, wenn da mal was schief geht. Seit dem Test, der ja die Startanlagen mit einem pulverisierender Betondecke verwüstet hat, legt die Community viel Augenmerk auf die Lösung gerade dieses Problems. Wie ich letzte Woche bereits berichtet hatte, ist der Mega-Stahl-Sandwich mittlerweile vollendet und wurde einem ersten Teildruck-Test unterzogen. Hierzu hat SpaceX dann ein Foto aus einem bisher nicht bekannten Kamerawinkel gezeigt. Da kann man auch gut erkennen, dass die Wasseraustrittsöffnungen angewinkelt angeordnet sein müssen und so für die Auffächerung der Wasserstrahlen sorgen. Sehr ähnlich zu einem nach oben gerichteten Duschkopf. Wobei die Community ja eher parallel zu einem Bidet zieht, weil die Wasserstrahlen auf den Hintern des Starship-Boosters gerichtet sind. Ein bisschen infantiler Humor sei der Community gegönnt. Interessant die Bemerkung des offiziellen SpaceX-Twitter-Accounts oder X-Accounts. Der nächste für den 28. Juli geplante Test, der wird dann mit vollem Druck erfolgen. Vielleicht ist er auch schon erfolgt, wenn das Video erscheint. Ja, passiert unheimlich viel, da lieber vorher ankündigen, als dass ihr dann was verpasst. Kurz nachdem die letzten News am Sonntagmorgen erschienen sind, wurde dann der antizipierte Creo-Test durchgeführt, und zwar von Booster 9. Sehr schön an den Frostmarken zu erkennen, bis wohin der Booster 9 mit verflüssigem tiefkalten Gas befüllt wurde. Aber nicht nur Booster 9 hat einen Cryo-Test absolviert. Auch Booster 10 wurde auf dem ehemaligen Schießstand Macy's tiefkalt betankt. Fun Fact, die Struktur erhält einen Großteil ihrer Festigkeit erst durch das Betanken oder durch den Indruck auch. Diesen Effekt kannst du nachbilden, wenn du dich auf eine geschlossene Cola-Dose stellst und dann das gleiche Experiment nochmal mit einer offenen Dose versuchst. Zusätzlich erhöht sich die Festigkeit des eingesetzten Edelstahls übrigens bei tiefkalten Temperaturen. Ein nicht zu vernachlässigender Effekt des eingesetzten, verhältnismäßig schweren Edelstahls. Betanken und Treibstoffe sind auch das richtige Stichwort nach der Episode von dieser Woche über den von Isar Aerospace eingesetzten Treibstoff Propan. Erwartet euch jetzt in der kommenden Woche ein Video, das sich die Performance der Starship-Rakete anschaut, wenn wir es mit anderen Treibstoffen, nämlich Wasserstoff, Propan, Methan, RP-1 betanken würden. Die Schutzengel, die haben das Video ja wie immer schon vorab sehen dürfen. Hat eine sehr gute Kritik von euch bekommen. Booster 9 und Booster 10, Cryo getestet. Aber für einen Starship-Start braucht es nicht nur einen Booster. Aktuell von SpaceX weiterhin als nächster möglicher Starship-Oberstufe, die einen Orbit erreichen könnte, gehandelt. Ship 25. Seit mehreren Monaten befindet sie sich auf Pad B und bereits Cryo und Static Fire getestet, wird da aktuell an den Raptor-Triebwerken gearbeitet. Die Schutzverkleidung um die Triebwerke, die wurde entfernt und wurde, wie mein Kumpel Felix von Whataboutit berichtet hat, verschrottet. Das könnte darauf hindeuten, dass es hier ein Design-Upgrade für dieses Schild gab. Mittelfristig möchte SpaceX ja die Raptor-Triebwerke so sehr vereinfachen, dass es überhaupt keinen Hitzeschutz mehr für die Triebwerke braucht. Der Schutz der Triebwerk-Sektion ist bei Raketen ein nicht zu unterschätzendes Problem. Fun fact, entgegen dem Wunschdenken der Einsatz von etablierten Shuttle-Triebwerken am SLS, der erspare viel Kosten und erhalte Arbeitsplätze, musste man am SLS für den Schutz der Triebwerke signifikant mehr Aufwand betreiben als beim Shuttle, weil unter anderem der Austritt der Feststoffbooster viel näher an den Triebwerken liegt als noch beim Shuttle. Ja, das SLS, da erhitzen sich die Gemüter mit unter. Aber das SLS hat ja das Starship jetzt schon um fast ein Jahr geschlagen, wenn es um einen erfolgreichen Erstflug geht. Aber wann ist es denn jetzt soweit mit dem nächsten Starship-Start? Aktuell sieht in der Starbiz ja zwar alles nach enormem Fortschritt aus und lässt einen Flugversuch in den nächsten Wochen erwarten. Die Realität dürfte aber eine ganz andere sein. Wie jetzt bekannt wurde, hat SpaceX seinen Untersuchungsbericht zum Start von Booster 7 und Chip 24 noch nicht abgegeben und gerade eine Verlängerung für die Abgabe bei der FAA, der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde, beantragt. Bevor SpaceX diese Untersuchung abgeschlossen hat und mit einem adäquaten Bericht an die FAA dokumentiert hat, wird da gar nichts von der Starbase abheben. Das hat nichts mit lahmen Behörden oder Old Space Verschwörungen zu tun. Das sagt uns schon der gesunde Menschenverstand. Du machst einen Test und das Resultat war ein ganz anderes, als du es vorher der überwachenden Behörde vorausgesagt hast. Ja, dann musst du erklären, was falsch gelaufen ist und warum es falsch gelaufen ist. Was du das nächste Mal besser machst, ist dann erst der übernächste Schritt, bevor die Flugaufsichtsbehörde FAA hier überhaupt nur darüber nachdenkt, ob sie dir eine neue Starterlaubnis erteilt. Klar wünscht sich die Community viel Feuer, viel Action und das möglich gleich heute Abend. Aber es hat schon immer Gründe für unabhängige Prüfinstanzen gegeben und warum nicht jeder aus seinem Garten in den Weltraum starten darf. Nicht einmal aus einem Garten im regulatorisch ehrgemäßigten Texas. Geduld, Geduld, es wird schon alles, ist wie Weihnachten. Die Vorfreude ist die schönste Freude. Apropos Vorfreude, definitiv näher dran als der Start des nächsten Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am frühen Mittwoch, den 2. August, ein historischer Start. Der allerletzte Antares-Start mit einer Cygnus oder einem Cygnus-Raumtransporte zur ISS. Ja, die Antares ist wegen ihrer russischen und ukrainischen Abstammungslinie ja massiv vom russischen Überfall auf die Ukraine betroffen. Und so wird der Cygnus zukünftig mit einer rhein-amerikanischen Rakete starten. Am frühen Donnerstagmorgen dann voraussichtlich ein SpaceX-Felken-Einstadt mit Starlink-Internet-Athleten von Cape Canaveral aus. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, dir hat's wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen und genau mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles, was uns noch in der Raumfahrt erwartet. Hashtag Apollo-Moment. Ja, und hier übrigens mein Video über ESA Aerospace. Umbedingt schauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.